Die Jungathletinnen, wie gesagt, schon sehr wichtig, einfach die Erfahrung zu sammeln und ja, sie schlagen sich sehr gut, sie haben tolle Schwierigkeiten, haben auch ihre Übungen aufgestockt. Ja, jetzt am Barren sehen wir Nina Derwal. Sie hat die Bronze-Medaille bei den Weltmeisterschaften in Montreal gewonnen. Ja, die zeigen jetzt eine sehr besondere, tolle Barrenübung. Mit dem Hinterhof gebückt. Das folgt gleich der Hinterhof aus dem Schaltergrätsch mit halber Drehung und direkter Verbindung in den unteren und dann wieder direkt in den oberen Halt. Ja, da sind wir schon natürlich in der absoluten Weltklasse. Natürlich, die Medaille bei der WM hat sie nicht umsonst gewonnen. Beeindruckend. Genau, Nina ist am Barren wirklich eine Ausnahmeathletin. Sie zeigt tolle Verbindungen und dennoch saubere Darstellung. Also Hut ab, das ist Weltklasse-Niveau.